Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Saints Row 4 Re-Elected auf der Nintendo Switch. Ich weiß, das Ding ist schon etwas älter, aber ich hatte total Bock drauf auf ein wenig hirnlose, humorvolle Baller-Action in einer Open World, total durchgeknallt und ich glaube genau das ist Saints Row 4 und darum schauen wir jetzt mal rein. Ah, bei den Ladezeiten bin ich gespannt, ob das nur zu Beginn so ist, schauen wir mal. Das ist eine Wahrheit, die universally erklärt, dass jedes Mal wieder eine Situation entsteht, die die Explanation verliebt. Und so war es mit der Ascension der 3. Strait-Saints. Als die Saints ihre Präsenz für den Welt in 2006 gemacht haben, wurden sie verletzt, weil sie die Präsenz auf dem Throne zu sein. Die Leute waren verraten. Waren die Saints soziopathische Machine hellbent auf Destruction? Oder puckish rogues, living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero. It is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Bop, you sure this isn't a set up? Didn't catch that, Bopz? Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry, I forgot to check the battery, because I was busy coordinating an international assassination. Can we go back to the part about this being a set up? It's not a set up. The intel is good. You trust this lady? Ash is one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tight with the KGB. I feel a lot better. Look, Britt and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah, I'm sure she's ready to put in someone in her fucking body bag. That doesn't mean we should... Showtime! We're three minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a saint's flow shoot? I'm Shaan. Archer Odakar, follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady. This motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guide brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about eight marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! 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 Hehehehe. So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on. This way. Also der Beginn ist schon wieder, der Anfang ist schon wieder richtig gut. Genauso will ich das. Okay, unclose, kids. Okay, auf den rechten Stick drücken. Oh, oh, oh. Okay. Okay, das Ding hat Gyro-Controls, sehr cool, für die Feinjustierung, aber nur, wenn man zielt. Das ist cool. Oh. Oh. Komm, trau dich raus. Hier ist auch einer. Also die Steuerung gefällt mir bis jetzt. Okay. Heck gut. Oh Woah! Okay. Hahaha. Oh. Was ist das? Okay. 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 Oh. Was ist das? Okay. Okay. Pierce, come with me. You two go through that door. Let's see how you can handle yourself, Mr. Celebrity. We'll be on mic. Handle myself? Shit, I can handle myself. You should be really close to the missile silo now. Stay alert. Cyrus is such a bird when it comes to security. No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and killings here. I can't tell what kind. It's explosives and chemicals, ladies. What else do you need to know? So. Ich glaube, da haben wir jetzt alle. Oh, nö, hier. So eine Röschle. Woah. Wo ist der? Hier. Okay. So rein hier. Keine Stellung. Okay. Und los. Los. Sehr cool. Mit der Zeitlupe. Autsch. Die. Sieg sind aus. Sieg sind aus. Sieg ist aus. Unschuldig, Kind! Komm herr, du hodlum! I'm ending you, Saint, once and for all. They're not leaving here! Best to just give up now! Damn it! He launched the nuke! The missile is targeting Washington! What are you doing? Don't you get it? The boss is sacrificing themselves to save us all! This is our final chance to say goodbye! Close my eyes! Don't wanna fall and I'll sleep! Cause I miss you, baby! And I don't wanna miss you! I remember when we first met. I was just a fun-loving girl in dreadlocks. But you, you saw me as one of them. Oh! We snap at each other sometimes. And I don't always understand your method. But there's no one I'd rather follow into battle. Don't wanna miss you! I'm gonna fall and meet you! I'm gonna speak! And I don't want you to miss the pain! Cause even when I try! I'm the sweetest dreams I've never done! You said, hey, Piers! How would you like to be your saint to the saints? And I was on, I, I... Oh, man! I'm gonna miss you! Ah! Had I any idea that you would be so willing to sacrifice yourself to save the world? I... I suppose I... Wouldn't have tried to kill you! Well, we just met, but... Do you seem to know? Nice! Oh, wait, there's a lot of people who are still moving, but... But, you're right over the... That's my intro. So, geschafft! Bewunderung Amerikas freigeschaltet! Präsidentschaft freigeschaltet! Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet! Drücke alle Knöpfe, um einen globalen thermonuklearen Krieg zu beginnen! Und ein Berater freigeschaltet! Stabschef Benjamin King freigeschaltet! Benjamin Motherfuck... King! Und Vizepräsident Keith David freigeschaltet! Bereit für diesen Player? So, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Okay, wir... Wir sind... Ich glaube... Ja, ja. Klopperbau... Ja, ich... Keine Ahnung. Die Haut! Ich glaube, wir... Wir machen hier gar nicht zu viel. Alter, Null! Ich bin wieder richtig alt. Oh, schön! Oh, Mann! Ja, das... Reicht! Ähm... Gesicht! Merkmale! Blaues Auge! Nö, brauchen wir nicht! Ich glaube, von dem Gesicht her ist es... Okay, Haare... Da gibt es richtig viel... Oh, Mann! Und auch richtig schräge Sachen! Ähm... Ich würde sagen, wir nehmen... Irgendeine... Irgendeine... Boah... Oh, Mann! Ah, ich würde so viel... Oh, Mann! Ich glaube, wir nehmen einfach... Äh, so eine... Äh, so eine... Äh, etwas längere Frisur... Wo war das? Irgendwo hier... Da waren ein paar langen Haarfrisuren dabei... Äh, ich glaube, wir nehmen einfach das, das sieht... Pfff... So... Gesichtsbehaarung... Oh, nö... Gesichtsbehaarung nicht... Ähm, Augenbrauen haben wir auch... Ja, passt... Perfekt... Make-up... Ja... Something dangerous is happening in America... I never want to be known as the Pre... As a... As a... As a country? Oh! As a... As a... As a... As a... As a... As a country? As a country? Some of you may be asking... My fellow Americans... As a nation, there are many issues that we need to address... What... I'm a... My fellow Americans... I'm a... As a nation... Oh, Mann! What... ...your education in this country is a crime... Kompliment? Huh! You have time for a drink? Ja, ähm, okay. Gut. Äh, das passt. Okay, das übernehmen wir. Oh, Mann. Das ist ein Problem. Es ist nicht ein Problem. Du hast ein Teil der Amerikaner. Ich habe ein Teil der verrückte Leute. Du kannst nicht resist, kannst du? Jesus, nicht du, du. Das ist ein Problem. Ich versuche das zu erklären, aber der Präsident will nicht hören. Poverty ist ein Problem. Apartheid ist ein Problem. Das ist nur ein paar Leute. Hier ist die letzte Klugeball. Wir haben 20 Punkte. Wir können sie zurückkommen. Die 20 Punkte. Ich versuche das ein bisschen höher als erwähnt. Also, du hast ein Problem. Nein, du hast. Du bist der Kommunikationsdirektor. Verkauf das. Kannst du mir 100% employment? Nein. Kannst du mir 100% employment? Nein. Dann bin ich, du bist in Trouble. King, kannst du das Naysayer-Assassinat? Nicht, wenn du es publikamente sagst. Wir haben ein Land. Wir haben ein Land zu fahren. Fun ist ein Teil der Equation. Das ist ein Teil der Equation für die Einladung. Hör, wir haben jetzt genug Klaut für eine große Bedeutung, nicht beide. Was willst du, mich vorzunehmen? Willst du sein Präsident, der den Kanzler curte, oder der Präsident, der den Weltkrieg zu lösen wird? Krebs für immer ausmerzend. Niemand muss Hunger. Kanzler hat Dugil. Jetzt, wo sind meine Zigaretten? Das ist eine gute Wahl. Oh, Mann. Kanzler hat die Presspool unter Kontrolle. Jetzt, du hörst hier. Wenn du denkst, dass du deine Agenda über den Kongressen kannst, du bist für eine wunderschöne Wunderschöne. Du hörst mich? Jetzt, ich erzähle dir etwas über das größte Wort in der Politik. Filibuster. Uh... Allow me to retort. Bonjour, Doris. Are we still on for tennis? Oleg and I are about to head over to Camp David, to watch some Nightblade. Yep. You down? Boom! Of course, I'm in, Josh. I'm your number one fan! Nice work, Oleg. Oh, God. Haha! Hello, God. Eh. Oh, God. But when you look at the president's words were taken out of context. Kenzie, what's the right context for? And I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, nicht ihr, too. Wie viele Mal haben wir... Asha und Miller sind für dich in der Oval-Office. Wenn MI6 etwas braucht, sie würden es auf die Klinik, nicht über den Öl. Sie sagen, niemand von Hause zu Hause glaubt sie. Jesus, was ist passiert? Sie denken, wir werden uns von Aliens attackieren. Ich muss gehen. Das ist ernsthaft. Sie wissen, Kinsey hat gesagt das gleiche. Wenn du dich in die Klinik genommen hast? Wenn die Leute, die uns geholfen haben, sagen wir sollten. All right. Ich werde nachdem, nachdem ich... Hallo, Menschen. Ladies and gentlemen, this is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zinn Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Ja, das... Das ist relativ schnell eskaliert. No! Release me! I do love my spirit, my sister! I do love my spirit. How do they expect me to come at Zina's side without any more? The forces are coming in from all over. I told them to have a gun available every five steps. Every five steps, I say. I do love my spirit. I do love my spirit. I do love my spirit. There you are. Thank God you're all right. Are you okay? Where is Matthew? Upstairs. Trying to find out what's happening. Okay. Die, alien, motherfucker! The mayor? What the fuck is going on? I've trained for this! Fierce, fast! We have to go! Shit, players! Save yourself! Fuck that! Save me! Millions of people are interfering around the gulf. That toll is incomparable. We got this! Cool! Oh, shit! How were we not ready? Sing yet above all! You would pay for this! Fall before the Zink Empire! Get out of my house! I regret nothing! Tell my wife! I had another wife! You will reap the whirlwind! I will find that ugly son of a bitch! The enemy is identified by some invaders as the Zink Empire... Die, alien, motherfucker! Matt and I are at the South Fortigo. You have to see this. Where are you, asshole? Abduct my cabinet? I will reap your fucking head off! Oh, shit! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Matt, hold on to me! Usher! Matthew! God damn it! Oh, no! Oh, no! Was ist eigentlich... Nachladen? Okay. Das ist Y. Okay. Gut, gut, gut. Oh, no! Mon Dieu! How many of you are there? Perk to Ernie! Perk to Ernie! Activate South Fortigo defenses! Let's do this, you beautiful monstrosophy! Ha, 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 ha! Dinner is served! I will shoot you all down! Once again, I am triumphant. These are my friends! You abducted my cabinet! You think you can come here and fuck with my country? You think you can come here and fuck with my country? You think you can come here and fuck with my country? This is for Madame Gautier! This is for Uncle Samuel! This is for Uncle Samuel! This one is just because I want to! I want to go out and fuck with my country. Yes, he, he, he! He, 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 he! He, 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 he... Das werden immer mehr. Oh, hier. Ah, der ist... Oh, this is safe. You blew it up! Do I ever lose? Haha. Yeah! Oh. Warum sind die Menschen so sehr leibend? Get off my lawn, you son of a bitch! You did not take me into account, did you? Well, hello there. Welcome aboard. I will have you dissected the live air of the swine. Now, now. Not so fast. Oh, wait, what? Ow, shit! Did you really think you could stop me? Shit! Ah, human arrogance. Is there anything more charming? What? Do what exactly? Huh? Bravado me to death? Ho-ho-ho-ho-ho-ho. I'm going to have fun breaking you. Ok. Na ja, geschafft, würde ich das nicht nennen. Wir sind wirklich gut gelaunt. Oh, gosh, what a glorious day. Brought to you by Friendly Friar, the only choice in Home Cookware. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich-scheme. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Dex stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. I think I heard Timmy deliver the paper earlier. Could you fetch it, dear? But of course. I diddle the eye, neighbor. Oh, man. I wonder what's going on in the world today. Äh. Okay. Are you ready to meet the fine people at Steelport? Well, get in the car. Okay. Do I not usually drive? It's your world. Go ahead. Hammers? Denny! Y'all are certainly anxious to meet you. They? Haha. Well, you do have a queer sense of human. Why does this all look so odd? Now, wass that you say? Something is wrong. This is all... Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. The fish? Please do not change the subject. Don't you worry now. We're almost there. What is that? Oh, careful now. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. Sieht richtig hübsch aus, find ich. Au, mein Duh. Can I get a picture? Oh, thank you kindly. Looks like it's time. Your public is waiting. Oh, my stars. It's the president. Hi. How are... What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Who the f*** are you and how the f*** did I get here? I have to get the f*** out of here. Hello? Hello? Kinsey! Kinsey, where are you? Finally! Listen to me. No time to explain, but you have to break free. What do you mean break free? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. I am only driving a car. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Okay, where is the park? Here in the back. Ah, very nice. I need some more time before I can get you out. Be really helpful if you could just, you know, just be you. Be myself? The simulation is all about normalcy. Pleasantry, order, all the things you need. Go for it. Unleash how? Nobody does it better. Yeah, there are some. Okay. Keep it up. The simulation is resisting, but just keep going. Yeah. Thank you. Ah. Ah, well. You need to do more. Bigger! Hold on, I'm sending you something. Some pack. Find the cat fountain. I left your present. Okay. Boy oh boy, this is the bee's knees. Hahaha. I am not to be fucked with. Ah, that is nice. I have to make a couple of things out of here. Find here the cars. Um. You're doing great. The simulation is... I don't know. Wait a minute. Wait for what, Kinsey? What is happening? Oh. Whoa. Oh. Yee-haw! Couldn't leave well enough alone, could you? Still going. You had to push and push and push. I hope you've enjoyed your last moments. Jawoll. Er hält schon was aus? Muss ich sagen. Ow, der, der... Ja, warte... Haha. Hahaha. Ich bin beeindruckt. Wo in die Hölle sind? Oh, f*** ich. Ich sollte mich verstehen, dass eine Präzion der Frieden nicht ein Sociopat wie dich. Ich bin eher ein Puckisch-Rug. A Rose, mit einem anderen Namen. Du willst mich töten oder schlafen mit mir? Charming. Du bist wieder mit den Miss-Messagern. Ich bin der Architekt von deinem Realität. Ich bilde, was ich will. Ich zerstöre, was ich will. Und dein Bravado bedeutet nichts. Ich bin der Bruder. Ich bin der Bruder. Ich bin der Bruder. Ich bin der Bruder. Du bist die Bruder. Du bist das zu mir. Jetzt geht's weiter. Ich werde dich in deinem neuen Haus. Ich bin der Bruder. Und ich werde dich verletzen. DTFL. Meine Freunde. Sie sind alle von den Gräten gegen den Zinn-Empire. Aber heute ist dein Glück. Heute werden Sie ein Teil von einem neuen Programme der Arbeit. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Und ich werde dich empfehlen. Ich werde dich in den Simulation 31 sein. Du hast einen Grund. Den Präsidenten der USA. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Und du kannst das. Wollt ihr nicht mit deinem Begründeten. Es macht keinen Sinn für mich. Ich werde dich mit dem Prisneren живet. Ich will sie verletzen. Nicht zu Hause. Ein angenehmer Tag. Ach, ich will eigentlich hier gar nicht aufhören. Das trifft genau irgendwie einen Nerv bei mir im Moment. Wo habe ich aufhören? Komm in, Präsident! Kannst du mich hören? Oui, ich höre dir perfekt. Aber wie genau ich höre dir, seit ich kein Telefon habe? Ich habe mich gerade in deinem Simulation und habe meine Voice durch den Audio-System. Du solltest mich hören, von irgendwoher. Und du musst nicht aufhören. Natürlich, denn das ist auch normal. Kinzie, ich bin unarmt. Wie schnell kann ich mich raus? Ich kann das nicht, bis ich zurückträße dein Signal zurück zu deinem Körper. Bis dahin, du sitzt da. So, du möchtest gehen bei dir. Okay, aber ich muss jetzt hier mal aufhören. Ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Und wir sind die Bestie gegangen. Und wir sind die Bestien. Ich weiß, warum ich verrückt bin.